Hallo, schöne Frau. Willst du mir dein Papagei zeigen? Ja. Ich würde dir mal lieber raten, hier nicht runterzufallen. Aaaaaand Bodo get it. Ja genau, schieß den Fahnen ab. Scheiß Fahnen. Alter, das ist unser Freund. Ich mach's trotzdem. Okay. Ja, mach gleich wieder alles kaputt. Ja. Hey, hast du mich gerade runtergeschubst? Nee. Doch! Was ist du denn? Was ist hier eigentlich? Ich nehme auch mal lieber die Rockets da unten. Geil, extra life. Ich hab schon zwölf Leben. Ich bin viel zu übermächtig, die Runde. Ja, aber gerade läuft's gut. Ja. Ich hab 200 Rüstungen, 200 Leben. Und Sniper Bullets. Cool. Aber man kann sich echt nicht beschweren gerade, ne? Keinen Fall. So, wo kamen wir jetzt her? Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen da hoch. Ja, müssen wir, wenn ich die Leute gerade schon wieder höre. Oh! Und da kommen wir genau wie hin? Oh! Was kommt denn da alles auf uns zu? Okay. Wo zur Hölle bist du? Ich bin hochgefahren, äh, gegangen. Wie das denn? Na, einfach den Weg hochgehen. Was ist das für ein Weg? Na, das ist so ein scheißverkackter Weg, den du einfach hochgehen musst. Klingt so einfach jetzt, dass ich's finden würde. Wahrscheinlich. Da hinten, komm. Sag mal, bist du immer noch unten? Ja, ich für den Weg nicht. Du musst einfach nur durch diese scheiß Öffnung gehen. Muss ich jetzt echt abholen. Schau mal, schau mal hier. Hey, siehst du meine Schüsse? Ja. Dann geh da hin, da wo ich hinschieße. Ach, da. Mein Gott, Bodo, wirklich? Hallo, das kann man mal übersehen. Ja, ja, ab schon verstanden. Ich hab auch schon alles erledigt da drüben. Den ganzen Job alleine gemacht. Ah, nee, ist klar. Ich höre euch schon wieder lustige Freunde. Ich möchte da unten hin, zu diesem Secret eigentlich. Lohnt sich das? Schaffe ich den Sprung? Boah, gut, dass ich im Wasser gelandet bin. Ich wäre halt einfach gestorben. Ich wäre einfach gestorben. Krass. So, also, ich glaube, ich lasse das Secret lieber. Müsste auch von da eigentlich runterfallen. Und nicht von hier versuchen zu sprengen. So, wie weit bist du jetzt schon wieder vorgelaufen? Da, alles klar. Ja, dann beschütz mich doch mal. Mach ich. Sehr nett. Hier ist irgendwie eine Lunte. Ich glaube, hier müssen wir irgendwas machen. Hast du das schon gesprengt? Ja. Ohne Milch, ich wollte das sehen. Du warst da, als es explodiert ist, du Lappen. Nein. Doch, die Lunte hat ewig gebraucht, bis du da hinten angekommen bist. Ich war quasi gar nicht da. Pick that Item. Ja, ja. Also, der will, dass wir jetzt hier mal Vollgas geben. Wow. Kommt dann noch mehr Albinos. Bei uns geht es verdächtig gut im Moment. Ich finde das ziemlich krass. So, komm, Bodo, auf geht's. Dieses Riesenherz will ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Du hast fast volle Leben, Meister. Guck mal, guck mal, guck mal, das Riesenherz da. Ja, ich sehe das. Ich nehme das mit. Ist das ein Secret, Leute? Ich nehme das jetzt mit. Da kenne ich jetzt nichts. Ich möchte ein paar Secrets. Sonst ist das Let's Play eh viel zu schnell vorbei. Das Spiel ist so schnell durch. Ich gucke mir das mal mit dem Sniper an, wie du da versagst. Fresse. 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 Super Monkey has been reached. So, aber... Da hochkommen ist jetzt eher so kacke. Ja, schade. Wow, 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 wow. Wow! Und auf einmal kommt der Bodo hinterhergesprungen. What the fuck? Was machst du denn? Diese Physik, ne? Suicider. Der Bodo erst mal mit dem Suicide Dive. Gebracht hat es mir gefühlt nichts, weil ich volle Leben habe, aber wie krass ist eigentlich der Bodo unterwegs. So, jetzt habe ich auch volle Leben, volle Panzerung. Was geht mit uns ab, Mann? Das ist irgendwie schon verdächtig. Wir sind einfach nur übertrieben krass unterwegs in dem Part. Ey, hast du auf zu schießen, Mann. Was soll ich machen? Das ist langweilig. Hier hochzulaufen, das ist ohne Gegner. Bodo ist langweilig. Ja, so semi-spannend, ne? Was machst du denn da? Okay, dann lass ihn einfach weitergehen, komm. Der arme Baum. Ja, gell? Der arme Faden, der arme Baum. Bodo hasst Natur. Auf jeden Fall. Sie versucht mich auch zu töten. Was geht denn hier? Was geht denn hier? Boom! 60 Sekunden lang haben wir jetzt irgendwas. Ach du Scheiße. Ja. Scheiße am Hals haben wir vor allem. Ich glaube, wir sind jetzt super stark, glaube ich. Wir machen quasi gerade Serious Damage. Ich habe 13 Leben. Was geht denn? Total krass. Da komme ich gar nicht drauf klar, eigentlich. Ich hoffe, dass du irgendwie vor kurzem mal 1 hattest. Ja, ne? Ich bin quasi affenstark gerade. Wow, der Albino in der Mitte. Und der. Bäm, jetzt geht's hier los. Jetzt geht's los. Die letzten Sekunden nochmal Vollgas. So, vorbei. Ist der Spaß. Ich glaube, wir haben es geschafft. Du freust dich scheinbar. Wo ist die überhaupt, die Tante? Who is gonna start me? Das bist doch du. Ich bin das blaue Alien-Ding. Nein. Das ist doch auch keine Tusse, das blaue Alien-Ding. Das Alien-Ding war gerade noch da. Woo! Level 7! Da ist sie doch. Da ist sie doch. Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir ein, ne? Wow. Ich habe noch Ladebildschirme. Das Ding macht einfach mal richtig Action. Das sieht auch aus, gerade wie in Sirius Sam 1. Das Level. Ich habe immer noch den Ladebildschirm. Das finde ich ja sehr, sehr beruhigend, muss ich sagen. Ja, ich bin hier schon mega am fighten. Boah, was sind das für Riesen jetzt hier? Also hier sind jetzt mal so richtig dicke Biester. Ist sie immer noch am Ladebildschirm? Die Anwendung hat einen Fehler und wird jetzt geschlossen. Wir entschuldigen uns für Unannehmlichkeiten. Willst du mich verarschen? Bitte senden Sie dem Support eine Nachricht. Scheiß auf den Support, komm wieder rein, Mann. Ich brauche auch hier, ich habe hier, hier ist übelst Party. Kein Mist, das Party. Mal versuche ich da mal wieder zu joinen, ne? Ja, join mal. Mucke ist auch herrlich. Snipern die anderen eigentlich, oder was ist deren Job? Ja, Arriba und einer ist tot. Tja. Konnte sich einfach nicht beschützen, der Typ. Alter, was ist hier los? Das würde auch sehr viel schneller gehen, wenn der Bodo hier wäre. Boah, Big Daddy, wie oder was? Boah, auf einmal habe ich Sound. Das könnte daran liegen, dass ich vergessen habe, den Sound leiser zu stellen. Beschütze mich mal. Da ist doch der Bodo. Der Sound leiser. Das vergessen Sound. Hast du überhaupt mit Sound gespielt? Ausnahmsweise, ja. Boah, krass. Seht ihr das richtig, dass wir nur einen geschützt haben? Ich glaube schon, ja. Ja, guck. Habe ich solo gemacht. Weißt du, du joinst, wenn die Party vorbei ist. Das ist so typisch Bodo. Ja. Okay, hier kann ich nicht rein. Oh, 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 oh. Holy shit, damit habe ich nicht gerechnet. Sieht hier irgendwie noch gar nicht so aus, als wenn die Party vorbei wäre. Gib mir das. Gib mir das. Ne, die Party geht hinter irgendwelchen Ecken noch weiter. Ist eher so dann... Oh, ich habe wieder so ein kleines Baby gerettet. Wo zur Hölle bist du? Und was machst du mit den armen Babys? Hinter irgendwelchen Ecken bin ich. Doch. Ich sehe dich doch da schon wieder rumwetzen. Die Musik ist der Wahnsinn. Der Soundtrack einfach von Serious Sam ist so toll. Oh, ich habe Secret Amo gefunden. Tja, da weißt du, wer gut ist. Wie macht's? Ich habe hier so einen Papageien gefunden. Oh, einen Papageien. Hast du schon mal den Mond angeguckt? Oder einen Planeten oder was auch immer das darstellen soll? Sieht mega geil aus. Diese zwei Dinger daneben. Nennen wir sie zwei Dinger, ja. So, ich bin echt gespannt, wann der erste Boss kommt. Look around. Maybe you'll find a key. Also ich habe ein Secret schon wieder hier, so. Oh, wirklich nur vielleicht. Kein richtiges Secret, aber... Was versteckt ist. Ja, da ist er doch schon. Hab ihn. Und vor meiner Nase spawnen erst mal die Party. So wie zu Hause. Da spawnen die Party auch mal eben. Da spawnen die Party auch mal eben. Naja. So wie letzten Freitag. Okay. Und vor dem Mutta.